Mom? Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 30. Oktober 2021. Emine, die momentan in einer Raumstation liegt, hat Bilder zur Erde geschickt. Emine hat letzte Woche mit einer Rakete abgehoben und ist sicher an der Raumstation angekommen. Sie hat diesen Moment mit einer Kamera festgehalten. Die Aufnahme trägt wohl den Titel Schwerelosigkeit ist super. Emine verbringt viel Zeit damit, Weltallbohnen aufbaus zu kochen. So wie den Einfluss der Schwerelosigkeit auf Erdglas-Ornamente zu untersuchen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Bei dieser Meldung bekomme ich Herzflattern. Da steckt eine gute Geschäftsidee drin. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Gras mit zum Gras. Der 30. Oktober war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. Enjoy the show.